und damit herzlich willkommen zurück hier emmx universum ich bin das schon draga und schön dass er wieder dabei seid so bombenwerfer das weiß allerdings nicht was wir wollen natürlich die raumzugs emp so haben wir gerade checken sind wir aus der reichweite von den geschützen nähe sind wir nicht oder sind die nächsten also diese station ist auf jeden fall bewaffnet was bei raum spritz ja auch sinn macht machen wir folgendes so hier sind wir nämlich dann sicher hoffe ich auch an sox jetzt gab es keine rufverlust schon mal schön was habe ich da habe ich ein schlüssel wasserkontaminierung probiert das ist nicht das was ich wollte plan haben wir noch nicht wo ist hier noch ein leck das ging sonst immer schneller ich vermute mal ich muss noch einen zweiten versuch machen hat das auch noch ein leck jetzt haben wir einen bauplan raumspielproduktion mehr brauchen wir nicht mehr wollten wir nicht verteidiger hier muss natürlich schön zurück so mission erfolgreich erledigt raum sprit brennerei jetzt müsste das modul auch hier auftauchen da ist der raumspielproduktion war ja so richtig wenn meiner vermutung ist dass das modul ist alles andere macht auch keinen sinn so wir brauchen energie zählen wir brauchen wasser wir brauchen weizen also wird nicht zu schwierig so wo wir jetzt schon mal dabei sind so war jetzt der chef von dem pgs ich bräuchte jetzt mal einen jetzt wollte ich mal ein pgs schiff was ich mal anfangen könnte oder ich hole mir hier ist eine freibeute der aber gerade das war gerade beschäftigt so weit entfernt kann ja nicht anfangen wird das nicht auch über ne moment stopp wir haben uns doch mal ganz 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 am anfang im rahmen der hatte qua kampagne haben wir uns doch mal auch mit einem pgs repräsentanten getroffen die müssten ja eigentlichen repräsentanten haben jetzt gerade überlegen hier ist ja eine wichtige person drauf und hier gerber raum kraut genau also gehen wir da mal hin wenn man da irgendwas nicht kriegen in der richtung dann machen wir es auch wieder mit mp eine habe ich ja noch und ich glaube ich habe auch genügend materiale mittlerweile um selber wieder herstellen zu können also das macht mir hier wirklich vielleicht weil ich weil ich hier der punkt raus war der bestimmt automatisch rausgegangen weil ich jetzt hier manuell was angeliefert hat bestimmt naja gut schauen wir mal ich habe mich fast geneigt hier nochmal einen einen erzschürfer zu bauen so die beiden sick sind auch fertig die kann ich also jetzt hier machen wir sie denn hier zu weisen so und dann letzte grenze weil es ist anscheinend ja wieder ein abbaugebiet geworden da hat rolle ja auf geht's auf geht's gut hier noch ein seminar verpassen kann ich helfen leider nicht mehr ende und aus ok gut dann guck mal was wir hier haben hier ist auf jeden fall eine wichtige person drauf hier ist hier ist hier ist auf jeden fall auf jeden fall oder hier ist auf jeden fall hier ist so hier ist Da habe ich mich gerade schon gewundert. Bitte denken Sie daran, dass jede Kreatur, die Sie auf diese Station bringen, an der Leine geführt werden muss. Jedes freilaufende Haustier wird umgehend vaporisiert. Ich versuche jetzt, irgendwie zu dieser Person zu kommen. Aber... Das wird wohl nichts. Und wenn ich das mal so richtig sehe hier... Doch, da ist Augenkraut. Augenkraut. Hier, da sind doch die Leute. Moment, wie habe ich das jetzt angezeigt bekommen gerade? Hier, einfach so draufklicken. Aber die kann ich, glaube ich, nicht. Wie finde ich die? Das ist jetzt die Frage. Das scheinen ja wichtige Leute zu sein. Habe ich da mal stehen. Hallo. Dann wenigstens mal jetzt hier genau das Modul da oben will ich haben. Vielleicht gibt es hier ja was Nettes zum Einkaufen. Ich habe noch drei Raumfliegen-Kaviar im Inventar. Wieso das denn? Na gut. Dann weg damit. Bitte, siehe. Den kann ich gleich an meinen neuen Piloten weitergeben. Split wünschen Glück. Ja, also irgendwie muss man ja an diese einen Leute da rankommen. Aber die Station ist natürlich wieder so riesig, dass ich wahrscheinlich... Gut, zum Managerbereich könnte ich mal gehen. Vielleicht stehen die ja damit rum. Wobei, hier gibt es auch ein Wissenschafts-Labor, interessanterweise. Oh. Was wollen Sie? Das war er jetzt tatsächlich, ja. Geht hier. Aber er will nicht mit mir reden. Okay. Gött ja auch dazu. Ne. Ja, gehen wir noch einmal in das Wissenschafts-Labor. Technologie-Schmuggler. Okay. Ich hätte aber interessantes Symbol irgendwie. Ah. Ich glaube, das war ein NPC, wo wir für die Forschung, Waffenforschung, Triebwerksforschung, Schildforschung, irgendwas von ihm organisieren mussten, um zu Boso zu bringen. Ich glaube, daher kommen diese speziellen Personen. Das macht natürlich auch Sinn. Gut. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Die Nexus-Nagent. Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. Ja, müssen wir uns jetzt die Pläne für das Raumkraut herholen wir uns jetzt auch so, wenn wir schon mal hier sind. Und wie gesagt, PGS juckt mich ja nicht. Aber wir haben ja scheinbar auch bei Hattequark kein Aufsehen erregt. Dass uns das jetzt irgendwelchen Ruf gekostet hätte. So, ich kann ja jetzt eigentlich schon mal raus. Ich habe mich schon... Ah, es geht noch. Erwarte Befehle. Demeter, Verteidiger. So, hier müssen wir natürlich auch mal einen geeigneten Platz finden. Aber ich glaube, so die Unterkante hier... So, da sind wir wieder die Raumanzugsformen drin. Raumanzugs-EMP. Noch mal, dass wir mit der ersten hier gleich Erfolg haben. Provisionen freigeschaltet. Okay, das hatten wir eben ja auch schon so. Aber das heißt, es ist noch nichts verloren. Noch mal eine Provision freigeschaltet. Zwei Chancen haben wir noch. Das war auch nichts. Ich hätte... Na, jetzt haben wir sie doch bekommen. Jetzt haben wir sie doch bekommen. Sehr schön. Jo, da kann ich mich beim nächsten Mal dann, wie gesagt, drauf vorbereiten. Dann, da die zwei Fabriken dann doch noch zu bauen. In meinem Industriegebiet. Ja, und du kannst jetzt eigentlich zum Hauptquartier zurückkehren. Genau dich meine ich. So. So. Wie schaut es denn hier aus? Genau, der hat nämlich wieder nichts zu tun. So. So, hier hat das mit den Frachtrohnen immer noch nicht geklappt. Mal gucken. Vielleicht muss ich wirklich die alle nur noch auf Selbstversorgung stellen, dass jetzt dann alles irgendwie an Geschisswerft geht, weil ich glaube, die ist auf Dauer einfach produktiver. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. So. Umschellen kann ich ja notfalls immer noch. Ah, steht eh auf Selbstversorgung. Erreiche Nopileus Glück 6. Stehen alle auf Selbstversorgung. Aha. Okay, in dem Fall ist es noch mal gut. Aber da muss ich mich jetzt auch gleich noch mal mit beschäftigen, aber wir verkaufen ja an andere Sachen. Erreiche System. Rovitable Handel. So, ich wollte ja was anderes gucken. Ich wollte ja jetzt hier schauen. Was brauchen wir noch? Elektronikon 1633. 1633. 1633. Ah, okay. Na gut, dann müssen wir noch mal ein kleines Stückchen so holen. So, ich muss noch mal weiterschauen hier. Die Schildkomponentenfabrik. Und da habe ich das da nie umgestellt. Ne, die hat keine Beschränkung, was ja auch Sinn macht. Erreiche Rovitable Handel 4. Da habe ich die selber gesperrt, eben aus dem Grund. Aus dem Grund, dass da genügend produziert werden, aber wir sind ja jetzt eh fast durch. Und hier mangelt CE aktuell an Silizium. Hat denn die Elektronikkomponentenfabrik? Ja, das sollte aber passen. Das sind zwar alles M-Schürfer. Ah. Doch, einen großen hat er, okay. Also, aber ein großer reicht nicht. Denn die fliegen bis zur letzten Grenze, das ist sehr weit weg. Und deswegen haben die einen langen Weg. Und ja, ich sollte anfangen, wirklich zwei weitere zu bauen. Zumindest die Elektronikkomponentenfabrik. Jawohl, mal schauen. Nur, da sehe ich ja auch, dass die halt mit Silizium leer gelaufen ist. Ja, das ist jetzt so echt so ein bisschen das Mysterium. Erreiche System 18 Milliarden. Und wir sehen hier, wir haben hier wieder Raumdruckhändler, die nichts machen. Also, keiner von den vier momentan. Also, entweder spielt das Spiel hier gerade wieder verrückt. Ja, und der wird jetzt wahrscheinlich wieder das sonst wo hin verkaufen, nehme ich mal an. Also, eventuell muss ich jetzt hier. Erreiche System Ovitables Andenken. Ja, der fliegt nach frommer Nebel. Okay, da muss ich jetzt mal zu einer Rabiatenmethode greifen. Man muss ihm sagen, obwohl es sind genügend da. Das verstehe ich halt nicht. Es sind genügend da. Die könnten locker jetzt zu meiner Station transferiert werden. Aber ich stelle das jetzt mal auf Selbstversorgung. Vielleicht wird es dann besser. Verstehen tue ich es zwar nicht. Aber wir können das jetzt sowieso mal genau. Das wollte ich ja sowieso testen. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich das meiste Geld Das meiste Geld nur noch über Über die Station machen. Also über die Schiffswerft. Aber das ist dann halt so. Mal gucken. Aber wahrscheinlich schneide ich mir da ein bisschen ins eigene Fleisch. Könnte ich mir vorstellen. Das ist dann sicher. Also über ein Showmansodium. Ich kann's mir vorstellen. Ich kann's dir das auch nicht zum Beispiel von Schiffwerft. Ich kann's mir eine Sache mal so tun. Aber ich kann's mir vorstellen. Ich kann's mir vorstellen. Ich kann's mir vorstellen. Ich kann's mir vielleicht nicht zum Beispiel. Ich weiß, das ist so gut. Hier muss ich auch mal ein Augenmerk drauf Okay, hier würde es fast schon Sinn machen Das zum Verkauf freizugeben, aber erst mal Selbstversorgung. Gibt vielleicht auch ein bisschen die Chance hier Wenn das alles voll ist hier Moment mal, hier werden ja auch massiv Graphen hergestellt Vier Graphen Für die Verbundswerkstoffe wahrscheinlich Ich überlege gerade, ob ich das hier auch zur Selbstversorgung freigebe Wobei als Verkaufsangebot ist es freigegeben für Selbstversorgung So, Feldspulen Also was ich jetzt mache, ich beschneide mich zwar jetzt selber auch Weil ich nicht mehr in andere Fraktionen verkaufe Ich hoffe, dass dadurch aber die Die Schiffswerft davon profitiert einfach Weil das hat zumindest den Vorteil, dass jetzt zumindest die Händler Die den Stationen zugewiesen sind hier Jetzt automatisch nur noch an die Schiffswerft liefern Weil das ja der einzige Abnehmer ist Ich hoffe, das funktioniert Sicher bin ich mir da nicht Ja, die Fallversorgungsfabrik kann so bleiben Da geht ein Bauteil der Fabrik auch Ich glaube jetzt hier die Waffenkomponenten ist die letzte Wie gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich alles so jetzt klappt Natürlich eine Weile dauert, bis ich das alles akklimatisiert hier Und haben dann aber auch keine Hüllenteile angeliefert Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwas im Argen liegt Moment mal, da stand gar nicht mehr auf automatische Breisfindung Hat das damit was zu tun? Kann ja eigentlich auch nicht sein Ja, dann werde ich jetzt einfach mal mich aufs Hauptbad hier begeben Und Versuchen über die Zeitkomposition, über den Sinsa mal herauszufinden Wo hier ist das Problem liegt Aha Jetzt arbeitet die Raumdog-Händler Interessanterweise Jetzt schauen wir mal, ob das Wenn das jetzt für den Verkauf für alle anderen gesperrt ist Ob das dann besser funktioniert Aber jetzt kommen sie auf einmal alle hierher Ja, okay, gut, also das mit dem Das mit dem Nur die Schiffswerft soll ich für meine Kohle sorgen Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee Wenn es jetzt eh so hier so Probleme gab Jetzt wird nämlich natürlich auch gleich direkt wieder gebaut hier Ja, das werden auch Smartchips nachgeordert Das sieht doch schon mal besser aus Ja, da kommt gleich die nächsten Und jetzt kommt vor allem auch die Raumdog-Händler Die jetzt damit auch betraut sind Auch wenn es jetzt natürlich erstmal wieder an den Höhlen-Teilen mangelt Das wird sicherlich auch gleich wieder kommen Na ja, jetzt mangelt es wieder an den Höhlen-Teilen Aber da habe ich ja, wie gesagt, bin ich ja dran Da bin ich ja dran Da eine Station nochmal nachträglich in mein Industriegebiet zu bauen Um da auch den Bedarf zu decken Da überlege ich mal, ob ich da nicht sogar auch wieder mit einem 5er Höhlen-Teilen-Modul arbeite Mal schauen, da werden wir dann sehen Vielen Dank fürs Zusehen Seid gespannt, wie es weitergeht Hier in meinem X4-Universum Bis dahin, macht's gut, euer Schnittwaga Ciao, ciao